So, da sind wir dann wieder mit Mittelerde. Schlacht. Na, Schlacht von Mittelerde, sag ich schon. Quatsch. Schatten von Mordor. Nein, wir machen jetzt die Hauptmänner erstmal weiter. Dann markieren wir den mal. Gucken wir mal, ob ich da hinreisen kann. Ne, da ist aber nirgendwo ein Turm wirklich frei. Dann fliegen wir mal da hin. Okay. Westliche Garnison. Ja, komm her. Genau zwischen die Augen. So, rüber. Good job. So, schnell Infos sammeln, bevor die mich erwischen. Äh, warte mal, der und der und der. So, was hat der denn für Schwächen? Anfällig für Kampftodeschöße, anfällig für Fernkampfangriff. War das sehr gut. So. Zack. Und weg. So, dann töten wir den auch. Ja, versuch du mal dein Glück. So, zack. Ha, ha, ha. Dann sind die alle erledigt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Na, guck mal, hier ist ein bisschen Gemüse. Nein, das Gemüse sollst du nehmen. Das ist übrigens, wir befinden uns übrigens tatsächlich die ganze Zeit in Mordor, soweit ich das weiß. soweit ich das übersehen kann. Und, äh, Mordor ist tatsächlich nicht immer so ein schrecklicher Ort gewesen, wie ihr seht. Bloß weil wir ihn nicht gesehen haben, heißt es nicht, dass er nicht in der Nähe ist. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Wow. Ich nagel deinen Kopf fest, ey. Wir entfacht niemand irgendein Leuchtfeuer. Das ist ja die Festungangang irgendwann auch mal leer von Urux. Nein. Das ist gut. Zack, K.O., das ist ein Hauptmann. Der Tapfere. War der das? War der das? Tatsache. Ja. So. Tatsache. Was war der? Pfff. Was war das? Ich steh' nicht weit weit. Hinter dir. Sitt. Lass dich mich von den Leuten vorhören. Hörn. 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 Terrorismus für Obst, alles zu versetzen. Ah, okay. Äh, wo müssen wir jetzt hin? Hm, warte, wo will ich denn? Da unten. Da ist ein Turm. Da oben ist der Typ. Gut, dann versuche ich jetzt erstmal zum Schmiedeturm durchzukommen. Da wird so ein Fleischstück hier irgendwo rumhängen. Ah, guck mal, hier war ja auch noch was. Stimmt, 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 stimmt. Ja, das hängt so ein Fleischstück rum. So, wunderbar. So, damit können wir dann schnell dahin reiten. So, damit können wir jetzt schnell dahin reiten. So, wo müssen wir denn jetzt überhaupt hin? Geradeaus hoch. Und dann da oben rechts ging. So ein bisschen in Richtung der Widerstand. Hm. Ich glaube, es ist einfach, wenn ich da hinten rum beim Widerstand vorbeireite. Aber dann kommt der hier hoch. So, wo sind wir denn jetzt? Immer weiter den Weg. Alter. Die kommen ja überall hoch, die Viecher. Nicht da hoch. So, ist hier der Schmiedeturm? Nee. Wir reiten genau drauf zu. Hier müsste irgendwo der Schmiedeturm sein. So, dann lassen wir eben schnell Schmiedeturm hier aktivieren. Damit wir den nämlich aktiviert haben. Braucht ihr hinten grad Baradour? Wie Finger aus Silberglanz erstrecken sich die Türme in Saurons Land und vertreiben die Dunkelheit. Eins, zwei, drei, vier. Waren das jetzt schon alle Türme, die wir aktivieren können? Nee. Lass da wohl mein Tier in Ruhe. Lass da wohl keine, die wir jetzt machen. Lass da wohl mein Tier in Ruhe. Herrscher! Lass da wohl meinen Stahl! Lass da wohl keinen Schmieden! Lass da wohl ein Schmied! Ich rufe meinen Schmied! Oh! Lass da wohl einen Schmied! Ah! Ah! Nein, jetzt töte ich das Karagor an. Scheiße. Das wollte ich doch gar nicht. Ups. Ach, komm. So. Ja, ich zermalme dich mal eben schwer. So. Das hätten wir. Okay. So. Ist der tot? Ja. So, einmal hier hoch, bitte. So, was ist das denn da vorne für eine Mission? Was ist das da für eine Mission? Ich möchte gerne wissen, was das für eine Mission ist. Dass unser Lager mit Nuren zusammengelegt werden soll. Es kann unmöglich genug Graf für alle da sein. Da drinnen hat sich etwas bewegt. Was ist das für eine Mission? Blutrache. Okay. Na gut, dann töte ich den einfach mal. Wann denn der Geist will, um den zu markieren? Ach, dann ist er ja schon. Geemob. Geemob. Ne, der ist halt aber nicht. Bubol. Alter, wie viele Hauptmänner rennen denn hier rum? Bubol. Alter, hier kann ich vier Hauptmänner auf einmal erledigen, ey. Wie geil ist das denn? Dann machen wir das doch auch direkt mal. Schleichen wir uns mal rum. All diese Bleichhalte verpesten die Loft-Auf-Festung, Mom. Das ist gar nicht mal so übel. Das sind so viele, dass es denen nicht mal auffallen würde, wenn eine oder zwei fehlen. Wenn ihr mal nach Foltern wisst. Dennoch, es ist der Weg, dass wir uns um das zu spüren. Zeit für deinen Tod, für deinen langsamen Tod. Irgendwie glaube ich nicht, dass ich sterben werde, ich weiß nicht wieso. So, direkt die nächste Exekutionsschlache hinterher. So. So, das war der Hauptmann. Du zündest hier gar nichts an deinen Freunden. Du brauchst keine Versch... Komm. Oh, ich hab' ich... Oh, ich hab' ich nicht... Ich brauch' Hilfe! So. Äh, warte, da oben hängt einer rum. So. Da, da sind die nächsten Hauptmänner. Barfa, der Gelehrte. Ich erkenne dich nicht. Okay. Jetzt verliere ich. Du verlierst nächstes Mal. Ich muss das Signalfeuer empfinden. Menschen hier drüben. Wir müssen gleich mal ein bisschen Ruhe noch freischalten. Okay, die Festung ist die Alarmbereitschaft. Oh, ein Berserker. Die hab ich gar nicht gesehen gesehen. Okay. So, komm. Ich muss mal ein paar Oros hier loswerden. Meine Fresse. Ich geh von einem Gemetzel ins nächste Loch. So, der ist auch mal erledigt. So, der und die Rübe ist auch ab. So, der ist auch weg. So, die Rübe ist auch ab. Einfach auch das Schwert aufziehen. So, meine Fresse. Hier ist was los, Schatzi. Ich glaub's gar nicht, ey. So, endlich sind die ganzen Uruks hier tot. Jetzt können wir uns um den nächsten Hauptmann hier kümmern. Äh. Das ist ein Champion. Das ist ein Champion. Lausche dem Klang meines Horns. Es ist der Klang deines Untergangs. Der Klang deines Todes. So. Der ist tot. Perfekt. So, jetzt der Raufbeulch. Das letzte, was du hörst, ist meine Stimme. Ja, das werden wir sehen, ey. So. So, der ist auch tot. Und jetzt bist du dran. Da sind wir also wieder. Langsam glaub ich, du bist nichts als Ärger. Hab ich ihn tot? Nee. Na endlich. Frech dir den Tod von der, der Mann. Na endlich, da ist der Abstecher. Ist das auch wie ein Champion? Tata! Alter! Der vierte Champion hier? Oder der fünfte? Ich hab nicht mitgezählt. So. Okay, der ist auch tot. So. So. Ist das dein Champion? Ist das dein Champion? So, der ist tot. So. Der ist auch weg. So, der ist auch weg. So, der ist auch weg. Nein! Nein, den will ich auch nicht töten. So. So. Der ist auch weg. So. Der ist auch weg. So, jetzt muss ich mal die ganzen Sachen hier einsammeln. Mein Gott. Ich rieche es. Alter. So, weg mit dem Berserker. Mein Gott, dieser scheiß Berserker, ey. So. So, dann sammeln wir mal hier alles ein. Da drüben liegt auch noch was rum. So, dann sammeln wir mal hier. 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 Okay, ich glaube, das war's jetzt. Kann das sein? Ja, das war's. Ja, okay. So viel Hauptmann auf einmal. Ah, Alter. Ja gut, okay. Das soll mir jetzt erstmal reichen. Wir haben eine Menge Hauptmann erledigt. So, dann können wir uns jetzt den markieren. Dann können wir uns jetzt den markieren. So, und dann können wir uns den jetzt schnappen beim nächsten Mal. So, warte mal, jetzt will ich mal kurz gucken. Der ist der Zielmarkierte. Dann können wir am besten dahin reisen. Und von da aus gehen wir dann zu ihm rüber und... So, dann danke ich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!